Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Ich werde das Spiel mal starten, für 3 machen und los geht es. Du, 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 du. Das stimmt. Aber warum? Das ist mein Flugzeug, mein Raumschiff zerstört. Hm, da wollte ich verraten. Ich glaube, das ist eine andere Truhe. Ich glaube, das ist eine andere Truhe. Ich glaube, das ist eine andere Truhe. Vielen Dank. Ich kann den Reboot, die CS, den ich schon habe, den Bomber, ah, ne, hab ich, cool, so einen habe ich. Ein neues Rumschen, Arbeiterraum. Ein neues Rumschen. Und da. OPS auf Level 10,5? Nee, kann nicht vergessen. Er hier. OPS, er will nur noch ein. Wäre ja nur ein Level. Aber die war müssen auch noch ein sein. Na ja. Hm. 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 1 Stunde 39 Minuten. 1 Stunde 40 Minuten. 1 Stunde 40 Minuten. 1 Stunde 40 Minuten. Das geht nicht. 1 Stunde 40 Minuten. 2 Stunde 40 Minuten. 1 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 Stunde 40 Minuten. Da ist mein Schiff, was gebaut wird. Da steht da schönes. Da wird was geöffnet. Da steht da schönes. 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 schlauen. Schlauen. Und zack. Fertig. Dann gehen wir wieder hoch nach Upps. Upps ist da. Nehmen wir mal gleich den Trockenbau hier. Zack. Trockenbau. Eine Stunde haben wir hier. Dann haben wir noch eine Minute fertig. Zehn. Dann ist schon fünf. Oh. 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 Ja. Okay. 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 Ok. Oh, jetzt habe ich gerade Gold bezahlt, habe ich gesehen. Oh, ja, ja. Ah, egal. Jetzt haben wir Gold. Ja, Passiko. Und fertig. Okay. 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 Drei Stunden. Nein, nicht mehr. Okay. 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 is beschleunigen und den jetzt oh ok, gut zu wissen für Leute vielleicht ab Level 10 von OPS-Gebäude ist der Kampf gegen anderen Spieler dann erlaubt ab da am besten EVP-Spieler war ich wohl doch schon angetrifft oder? war mein Raumschiff kaputt ich bin mir nicht mehr ganz zu sicher ob ich das machen möchte ach egal kommt ich bin bereit in den mein Raumschiff debatt Cars wird sich nicht verfreundet ich bin bereit im Netzwerk ich bin bereit 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 So, dann der noch, zum stumm warten. Umsonsten war es doch schon wieder Freude für mich. Ich könnte jetzt auch diese kleinen Questen hier ein bisschen machen. Hmm. Ich hab den Spock. Ich hab keine Ahnung von Raumschiff Enterprise. Ich glaube das sind die richtigen Figuren oder? Ich hab den Spock. Lina. Kated Gear. Ich hab den Spock. 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 Ich hab den Spock schon mal gehört. Linda hab ich schon mal gehört. Und den hier eigentlich nicht. Danke. An den hab ich mich nicht erinnern. Glaub ich. Hier. 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 von 10. Ich kenne nicht. Ist doch nicht PK. Kann nicht PK war. Den hatte ich auch. Oder? PK. Auch 9 von 10, 8 von 10. Nein, Ecker. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich bin kein Tracky. Dann war es das für heute. Ich sage dann schon mal Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber am nächsten Mal wieder dabei seid. Ich kenne dich da vorhin. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 1. 2. Untertitelung des ZDF, 2020